Ja, heute nochmal Wahlkampftag in Taunusstein. Ich will mithelfen und dafür werben, dass Detlef Faust Bürgermeister einer wirklich schönen Stadt wird. Ich habe ihn kennengelernt und ich bin sicher, das ist ein Job, den er gut kann. Also unterstützen, mithelfen. Am Sonntag wird gewählt. Aber nicht nur für Taunusstein, sondern auch für Hessen. Hessen vorn. Die alte Parole muss wieder gelten. Und natürlich auch für die Bundesrepublik Deutschland. Die Sozialdemokraten müssen Politik mitbestimmen können aus allen Guss. Bayern hat so entschieden. Wir entscheiden anders.